Hallo Menschen und herzlich willkommen, euer Senseless Survivor wieder hier, ja, und heute möchte ich euch zeigen, wie ihr eure Waffen für Portal modden könnt. Klingt nicht nur doof, ist es auch. Und zwar, fangen wir an, ihr geht erstmal auf Portal, ist ja allgemein bekannt, hier wählt ihr Portal aus, dann auf Sammlungen und dann halt Battlefield 1942, Battlefield Bad Company 2 oder Battlefield 3. Wir schauen uns mal, alles an, das Prinzip ist überall das gleiche. Ihr geht auf eure Sammlung, auf Waffen, nehmt die Waffe eurer Wahl, die ihr modden wollt, klickt drauf mit der linken Maustaste, dann seht ihr schon, alle Visierer sind freigeschaltet, freigespielt werden muss ja nichts im Portal. Unterläufe und Lauf sind verfügbar. Gut, dann klicken wir mal hier drauf und wählen uns einen aus. Dann sehen wir unten, welche Dinger wir uns, welche Visierungen wir zur Verfügung haben. Nehmen wir, ja, welche nehmen wir denn? Diese hier. Ihr müsst drauf achten, dass wenn ihr mit einer gemotteten Waffe ins Spiel kommt, dass immer nur der erste Aufsatz, der erste jeweilige Aufsatz genommen wird sozusagen. Also jetzt hier dieses Reflex. Egal, wie viel ihr noch oben drin habt, ihr habt in Portal keine Taste T, auf der ihr halt die Waffe ingame modden könnt. Ihr müsst das vorher hier machen und könnt auch nur die jeweiligen Aufsätze hier ändern, zum Beispiel mit dem Rechtsklick wählt ihr aus, positioniert ihr mit dem Linksklick hier unten. Nochmal, auswählen, positionieren. So, jetzt haben wir dieses, wann sind das jetzt hier? Jetzt ist es weg. Alla. Dieses Cobra, die Cobra Visierung jetzt aktiviert. Das gleiche macht man mit den Unterläufen. Viel Auswahl hast du hier, glaube ich, nicht mehr. Ich weiß nicht, was das hier alles noch bringen soll. Die Taschenlampe. Blend-Effekt, naja, ganz toll. Dann hier diese Werfer, Launcher da noch dran. Oder hier das Standbein, was die Reichweite erhöht. Eigentlich hätte ich gedacht, so ein Standbein erhöht die Präzision. Aber egal, ich schweife ab vom Thema. Wir wollten hier die Waffe modden, Rechtsklick, Linksklick positionieren. Hier, ja, bei den Läufen sehe ich hier zwischen diesem Mündungsfeuerdämpfer und dem Laufabwerk keinen Unterschied. Das ist irgendwie von den Zahlenwerten her komplett gleich. Aber ziehen wir dann mal darüber, fertig. So wird gemoddet. Das gleiche halt im Battlefield Bad Company. Linksklick. Dann hier, ja, Visierung, Rechtsklick, Linksklick. Unterlauf. So moddet ihr eure Waffe. Das war's für die, für Battlefield 1942. B42 gibt es nicht viele Waffen, die ihr modden könnt. Die Bar, keine Ahnung, was die hat. Scheinbar nichts. Egal. Eins von eins. Macht keinen Sinn. Könnt ihr ja alles nicht modden, außer die Sniper noch. Ansonsten war's das soweit. Ihr könnt es auch, wenn ihr das Spiel startet, könnt ihr es auch nochmal bei der Waffenauswahl dann machen. Gut, das war's soweit von mir. Ich danke euch fürs Reinschauen. Lasst mir gern ein Abo oder Like da. Würde ich mich freuen. Und ja, wir sehen uns. Bis dahin. Tschüssi. Euer Sennstas. Euer Sennstas.